Herr Höcke hat bei der Diskussion im Fernsehen bei Herrn Jauch einen glänzenden Eindruck gemacht. Und die anderen waren recht klein, laut und hilflos. Und das liegt daran, dass sie sehr wohl spüren, dass sie keine wirklichen ehrlichen Argumente mehr haben. Die Behauptung, wir schaffen das, gleichzeitig mit der Behauptung, wir lassen die Grenzen offen und es gibt keine Grenze für Asyl, ist natürlich verlogen und als solche sofort zu erkennbar. Der Nachwuchs an Flüchtlingen ist faktisch unendlich, weil dauernd in Afrika beispielsweise neue Flüchtlinge gezeugt werden. Und die Vermehrung, da berechnet man ja mit über einer Milliarde Neubürger in dem nächsten Jahrzehnt. Und der Flüchtlingszustrom ist unendlich und natürlich kann kein Staat einen unendlichen Flüchtlingszustrom bewältigen, der kann es nicht schaffen. Schaffen kann man nur eine begrenzte Zahl. Also wenn man sagt, wir schaffen das, muss man sagen, 5 Millionen oder 10 Millionen. Aber man kann nicht sagen, wir schaffen das, so viel auch immer kommen ist ein reiner Quatsch, mathematisch zwingend erwiesen, was die offizielle Regierung, Politik und die Meinung jetzt ist. Wir schaffen das und wir halten trotzdem die Grenzen offen. Ist eine klar erkennbare Lüge, ein schwerer Betrugsversuch an der Bevölkerung. Wann es hier kracht und zum Chaos kommt, ist eine Frage der Zahl. Herr Buschkowski rechnet mit 10 Millionen Flüchtlingen in kurzerer Zeit. Ich rechne, dass es kracht bei 30 Millionen, aber darüber kann man gerne streiten, das werden wir sehen. Das ist dann auch eine Frage, wie äußert sich der Widerstand. Nun wurde gesagt, also der Pegida hätte mitgestochen in Köln, auf die Frau Rieke heißt es wohl, eine Kinderlose. Und das ist deswegen wichtig, weil Kinderlose eben keine eigenen Kinder haben und nicht Deutschland für diese Kinder erhalten wollen. Sondern diese Kinderlosen tendieren dazu, uns beschenken zu wollen, jetzt mit den Kindern anderer. Das ist ihr Beitrag und sie begreifen nicht, dass wir das überhaupt nicht wollen. Herr Altmeier, der Kinderlose, sagte also, wenn ihr einen irgendwann hier sieht, dass in 20 Jahren, da wird ein afghanisches Letztkind, wird dann sagen, ich bin Deutscher, begeistert. Und da sage ich immer, ja, der wird begeistert dann seine Hartz IV abholen. Und viele von denen werden arbeitslos sein, rettungslos, so viele Hilfsarbeiten können wir gar nicht erfinden, wie wir Hilfsarbeiter jetzt hier in Deutschland haben. Und da werden eben viele, viele dann aus Deutschland herausströmen. Die Sozialleistungen werden zwangsläufig erheblich gemindert werden. Und da werden die versuchen, woanders ihr Glück zu suchen. Das heißt, wir fluten auch Europa letzten Endes, vielleicht nicht so stark, wie wir Deutschlands fluten, aber letzten Endes fluten wir ganz Europa. Es ist also eine Frage des europäischen Asylrechts in diesem Falle zwingend. In dem Fall ist es auch ganz logisch, dass das europäische Recht die deutsche Verfassung bricht. Bei Euro war das gar nicht logisch. Da wird die Verfassung wie ein feuchter Wischlappen mit Füßen getrampelt. Alle Verfassungsgrundsätze sind gebrochen worden. Das Bail-out-Verbot, die Übernahme der Haftung und der Schulden anderer Länder, alles verboten von der deutschen Verfassung. Das Verfassungsgericht quält sich seit Jahren damit, weil es bei einer Entscheidung darf es nicht verkünden, nämlich dass das alles verfassungswidrig ist. Denn bricht womöglich das ganze Wirtschaftssystem Europas zusammen. Das Verfassungsgericht betreibt im Grunde Rechtsverweigerung. Sie haben dann schon, um Zeit zu gewinnen, haben sie das Europäische Parlament, das Europäische Gericht um seine Meinung gefragt. Das hat er nun gesagt. Das ist alles mit Europarecht vereinbar. Jetzt ist das Verfassungsgericht in der Falle. Spricht es wirklich recht, wie man das als Jurist, unabhängiger Jurist, machen muss? Muss es die europäische Wirtschaft in die Pfanne hauen, indem es erklärt, es sind alle Hilfsmaßnahmen, die dort getroffen worden sind. Das ist alles rechtswidrig, alles verfassungswidrig, hätte die Regierung gar nicht machen dürfen. Ob das dann null und nichtig ist, ist eine andere Frage. Jedenfalls wäre da das Chaos perfekt. Und diese Verfassung, die von Merkel ununterbrochen ständig gebrochen wird, mit einmal ist es sakrosankt, wenn es gegen deutsche Interesse geht. Das ist, da wird ein Dublin-Abkommen, das zum Schutz der deutschen Interessen, zum Schutz der Deutschen vor einem illegalen Wirtschaftspflichtling zustroben. Dieses Schutzgesetz wird von Merkel mal eben außer Kraft gesetzt. Es gibt keine vorstellbare Konstruktion, wie das noch mit ihrem Amtseid vereinbar sein soll. Es wird ja oft falsch gebracht, weil man der Überzeugung sein kann, es hilft letzten Endes Deutschland. Es hilft letzten Endes Deutschland, also Flüchtlinge aufzunehmen, kann man der Meinung sein. Das kann einem niemand verbieten. Insofern ist die Sache mit dem Amtseid oft daneben. Aber wenn eine Regierung die Gesetze bricht und Verträge, die ganz klar zum Schutz Deutschlands erlassen worden sind, einfach außer Kraft setzt, weil eben darüber hinweg geht, als existieren die gar nicht, das darf eine Regierung nicht. Sie darf nicht geltende Gesetze brechen, aber wo kein Kläger ist, ist kein Richter. Die haben ja alle den Schwanz zwischen die Beine geklemmt und da passiert von dieser Regierung nichts zu erhoffen. Die CDU schiebert um ihre Regierungsfähigkeit. Sie sieht natürlich allmählich auch, die Umfragen gehen ja dramatisch zurück. Ein anderes wichtiges Thema ist natürlich jetzt, was die Mehrheit macht, ist die Diktatur einer zeitweiligen Parlamentsmehrheit, die im Augenblick noch besteht. Während die Umfragen ja schon zeigen, dass eine deutlich rechte Mehrheit, ich zähle mal die CDU als eigentlich rechte Partei, die wird es auch nach Merkels Weggang wieder werden. Das ist jetzt alles, Merkel hat die in eine Schieflage gebracht, aus der sie sich nicht einfach befreien können. Aber schon Tocqueville, eine völlig unbestrittene Autorität in Fragen der Demokratie, die warnt vor der Diktatur der Mehrheit und sieht es als eine ganz große Gefahr der Demokratie an, wenn eine solche so rücksichtslos ausgeübt wird. Das wird jetzt gemacht in der Meinung, wir sind unangreifbar. Polizei, Bundeswehr und so weiter, alles auf unserer Seite. Da kann so eine kleine Organisation wie Pegida oder andere rechte Gruppen, die können uns nicht. Das ist ein großer Irrtum. Mohamed Atta, der hier von Hamburg ausgebrochen ist nach den USA, der war ja noch nicht mal innerhalb der USA. Der ist da hingeflogen und hat dann die USA ins Chaos gestürzt oder jedenfalls in schwere Verlegenheit gebracht. Der war gewaffelt mit einem Teppichmesser. Und man kann eben einen hochmodernen Staat, wie es Deutschland ist, ist ja im Grunde verwundbarer als die USA, weil es eben viel kleiner ist, alles viel hochproduktiver zusammen verzahnt ist. Da kann man natürlich ein Chaos viel eher anrichten als in den USA mit geringen Mitteln. Vor allen Dingen, wo die Leute hier ja ständig sind. Und diese Möglichkeiten müssen bedacht werden. Der Staat muss wissen, dass beispielsweise das Stromnetz in größter Gefahr ist. Das ist ja jetzt schon dank Merkels idiotischer Energiewendeart, würde ich mal sagen. Ich will jetzt gar nicht darüber streiten, ob Energiewende ja oder nein. Wie sie durchgeführt worden ist, ist eine Katastrophe ohne Beispiel. Eine Idiotie sondergleichen. Wir zahlen jetzt nach Dänemark die höchsten Strompreise in der Welt. Und das bei sinkenden Produktionskosten für Strom. Die liegen bei 3 Cent. Wir sind bald bei 30 Prozent. Frankreich übrigens liegt bei 15 Prozent. Die zahlen immer etwa die Hälfte. Die armen Franzosen, die sind sowieso privat dreimal so reich wie wir. 40 Jahre hatten sie eine ganz schwache Wirtschaft und wir eine ganz starke. Der Erfolg ist, dass die Franzosen jetzt dreimal so reich sind wie wir. Und das kommt eben dadurch, weil hier wird immer getötet. Und wir sind so reich, wir können es so leisten. Und es wird immer von irgendwann mal überall hingeschüttet. Jetzt soll noch die Entwicklungshilfe natürlich vermehrt werden. Wir wissen, dass das alles völlig sinnlos war. Die Entwicklungshilfe hat überhaupt nichts gebracht. Die Länder, die Entwicklungshilfe bekommen haben, haben sich nicht entwickelt, während andere sich gut entwickelt haben. Das war alles kontraproduktiv, das soll jetzt erhöht werden. Im Übrigen ist es so, aus Afrika kommen die, aus denjenigen, die Flüchtlinge, aus denjenigen Ländern, denen es wirtschaftlich besser geht. Die Armen kommen noch gar nicht. Die haben nicht genug Geld dafür. Und also wenn man da noch mehr Geld hingeben, wird sich der Flüchtlingsansturm noch vergrößern. Was hier passiert, ist ein Desaster ohne Beispiel. Deutschland ist halb schon fast völlig vernichtet durch diese Schwachköpfe in der Regierung, muss man sagen, die ja nicht mal ihren eigenen Bekundungen und Teuerungen und Maximen gehorchen. Ich will von Max Weber gar nicht reden, dass man die Folgen einer Handlung als Politiker bedenken muss. Das begreifen die ja offensichtlich sowieso nicht. Wenn wir den Asylbewerbern einzelne in Privathäuser gehen und da wie im Paradies leben für afrikanische Verhältnisse, das sehen 100 Millionen, sehen das heute. Das hat die Merkel für Vorstellungen. Und was haben die Leute für Vorstellungen? Das ist ein Asylbewerber, der hier bei einer Familie wohnt. Das sehen 100 Millionen. Da kommen 10 Millionen weitere Flüchtlinge. Davon wird eine Million krepieren. Da werden hunderttausende Frauen vergewaltigt. Und der Rest, der wird hier noch in den Nagern vergewaltigt. Das wird auch noch bestritten von irgendwelchen Leuten. Und die prügeln sich da gegenseitig tot, stechen sich gegenseitig tot. Das wird natürlich zunehmen, weil die Verhältnisse schlimmer werden müssen. Müssen, weil da immer mehr Millionen reinströmen. Und die sagen, es gibt keine Obergrenze. Das gibt es nur in Deutschland. Und diese Leute haben geschworen, nie wieder den deutschen Sonderweg. Das steht Deutschland nicht durch. Und sie machen einen brutalen Sonderweg gegen die deutschen Interessen. Ein Selbstmordprogramm, Aktion Sühlezeichen. Die Irren sind unter uns und sie begreifen noch nicht, was los ist. Es dämmert ein bisschen und deswegen auch der mickrige Widerstand gegen Herrn Björn Hocke. Die sind am Ende, die wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Dieses Bild von 2007 zeigt eine Dame, die sich auf einer Wiese ausgestreckt hat. Eine wunderbare Idylle, eine Kuh, besonders schön gezeichnet. Eine Katze, das Symbol für Schnurren und Zärtlichkeit, das Symbol für Blumen. Und hier ein Vogel, wie ihn die Kunstgeschichte noch nicht gesehen hat. Ein wunderschöner Vogel. Und wenn man etwas genauer hinsieht, erkennt man auch, der hat Fallersgestalt. Das ist hier richtig, dieser übliche Übergang. Das Buckel ist zu erkennen auf den Vorzeichnungen noch deutlich. Und dieser Vogel greift direkt auch auf das Knie der Dame. Das ist also ein Bild, was eben aber überhaupt nicht pornografisch ist und schmühl, weil es völlig darauf verzichtet, eine realistische Darstellung einer Frau zu bieten. Ein wunderschöner, langer Arm. Ein ganz kurzer, verkümmterer Arm. Und in dem Fall hat die Frau Augen, aber keinen Mund und die Haare in üblicher, relativ brutaler Art gemalt. Auch hier ein wunderschönes Vögelchen. Das erinnert ein bisschen an den Stil von Vaskia, den sie sehr schätzt, natürlich. Das gleiche Bild nochmal ohne Glühlampenbeleuchtung. Da erkennt man vielleicht etwas deutlicher, wie die Farben gemeint sind. Die ist ja in den Farben völlig einzigartig in der modernen Kunstgeschichte. Das ist ja in den Farben.